diese wieder und mein Mantel weht wie wie so ein geiles Ding und wir sind immer noch im Tutorial Level und wir einen Sprintpunkt, uh da geht's hoch ah ich kann sogar hoch sprinten, das sieht ja witzig aus tiki 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 ok was sagst du mir Fallsturz, Angriff Parieren Angriff Stoomir Apfel ja durchbrechen uh awesome ok, muss ich hier so Sprungjump machen dort also hin perfekt ja es ist High Skill den ich hier zeige es ist grauenhaft auf Blut Pronunciation Ok acco Verloren ist gut zurück. Okay, diesmal noch. Was? Wie springe ich? Ach, beim Sprinten runterhalten für den Seitensprung. Sprint-Sprung. Draufdrücken. Ah. Jetzt weiß ich zumindest, was ich falsch gemacht habe. Oh, egal, bin ich hässlich. Ui. Und gelbes Kraut. Für das bin ich da hingegangen. Gelbes Kraut. Yay. Ui. Oh, das war knapp. Da, 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 da. Da, 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 da. Oh, nein, da war ich schon. Na, also. Süße kleine Spatz. Hm. Hm, haben wir hier. Da geht's auch weiter. Hängig, natürlich, da ist ein Nebelwahl, natürlich. Mein, Boss-Time. Pfff. Boss. Goddammit. Oh, das ist eine coole Mechanik. Oh, das ist wirklich 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 eine coole Mechanik. Hier irgendwo... Leute? Ich möchte nicht runterspringen, wenn ich ehrlich bin. Hm. Yolo. Perfekt. Ich bin echt schlecht. Ja, man sieht, ich hab da schon eine Zeit lang nicht mehr... Uh, es gibt die schwarze Lederrüstung. Ach ja, die schwarze Lederrüstung. Man sieht, ich hab schon einen, weil ich nicht mehr gespielt habe. Und, ah, das ist die Mechanik, dass ich immer weniger Leben kriege. Beautiful. Okay. This time, this shit will work. Perfekt block. Perfekt block. Perfekt block. Okay. Kann ich vielleicht doch dahinter springen? Ich kann drüber springen, like a baller. äh ... Juh, was geht ja hoch? Hoch. Hoaaaaahch . Hu! Alter! Wieso tröpfst du mich denn schnisch? Ja, dammit, ich bin echt schlecht. Oh. Noch ne Nebelwand. Das haben wir hier, schönes. Mehr Gegner. Genau. Die greifen auf jeden Fall wesentlich schneller an als sie meinten. Baumfeld. 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 Da rät mich wieder hier. Und jetzt. Ich genau wohne. Oh, hallo Mr. Squishy Man. Werde ich mit dir spielen? Wie Mr. Squishy Man? Bisher sehe ich noch nicht. Soll ich da hin? Ich glaube schon. YOLO! Oh, Mr. Zyklot. Ah, zwei sind irgendwie ungefähr. Oh. Hehehehehe. Äh. Ja, also. Äh. Soll ich die nicht bekämpfen? Soll ich die bekämpfen? Telefon, hör auf zu klingeln. Äh. Okay. Jetzt machen wir das ganz cool. Like a baller. Wie gewohnt. Skill time. Right. Okay. Ah. Gegner. Der wird verschriert. Okay, hier ist einer. Ja. Jawoll. Telefon, jemand von der AOK. Okay, danke. Doch, bin wieder da. Gott sei Dank. Es war ja so überrascht, dass mich jemand anruft von der AOK. Okay. Diesmal. Die, die sind scheiße. Ich soll gegen sowas kämpfen. Kann ich hier noch drauf? Die sind scheiße. Ich soll gegen sowas kämpfen. Kann ich mich nicht vorbeischleichen, sie in den Tod jagen. Weglaufen. Äh. Äh. Supi. Das wird kacke, dass immer zwei rumlaufen. Nein, würde ich ja, wenn ich jetzt mal aufpassen würde, wahrscheinlich hinkriegen. Aber zwei. Ne. Zwei kriege ich nicht hin. Was ist denn jetzt wieder ein Dieb? Dann wird das nochmal. Sieht das doch schon besser aus. Kann ich das wirklich nicht benutzen? Zum Teufel darf ich hin. Hm. Ah, ich hab's. Sie gehen hoch. Sie gehen hoch. Wie ist das erlaubt? Gott. Shit. Ah, sie sollen sich um. Sie sollen es nicht gemacht, dass sie ihn für Ewigkeiten verfolgen. Das sollte mal so gewesen sein, oh Gott sei Dank. Okay. Caution. Patience. Ich werde sie töten. No sweat. No biggie. Sie steht zum Beispiel schon mal gut da. Gehst du her? Gehst du halt hier. Geht, 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 geht mit. Geht, 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 geht. Okay. Geht. Geht. Geht, geht, geht. Geht. Okay. Was soll ich mit dem machen? Kann ich nicht... Ah! Schnell! Fuck you! Feuer-Drakenstein. Wenn er... wenn er... Ertränkt Waffen mit Feuer. Oh Gott! What the fuck? Was hat mir das gebracht? Meine Existenz, meine Natur hat sich verändert. Was? Na super. Hey guys! Sup! Ah okay. Vielleicht bin ich jetzt in der Lage, sie zu töten. Hey du! Sag doch mal deinen fettnäßigen Arsch! Ungemacht, 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 ungemacht. Perfekt! Ich sterbe, wenn ich möchte. Gottverdammt, was soll ich denn hier machen? Ich bin der fettnäßige Arsch! so, der ist weg die sind, die sind weg der kann, der ist da oh Gott, ich bin so fröhlich kann ich meine Seelen sammeln yes sie sind nicht mehr da wo noch einer gegen einen kann ich vielleicht an da komm oh Gott, oh Gott ok und so wie soll ich denn in meinem Level die besiegen muss ich mich einfach nochmal hinlegen weil ich jetzt hinten war woanders ein super Weg das Let's Play zu starten ich hab absolut keine Ahnung was ich machen soll ok ich möchte nochmal diesen geilen Backstep sehen ok 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 schnell und nein sieh was Zestus. Eine Waffe, damit ich mal schlagen kann. Da fuck heißt es, dass sich meine Natur geändert hat. Hm? Okay. Was? Was? Ja. Ich bin so ein Fähler, wie oft der angreifen kann. Fuck you, I'm out. Oh yeah. Da, das ist ein cooler Move. Da, das ist ein richtig cooler Move. Hä? Wo zum Teufel darf ich eben hingehen? Ja, hier ist es. Natürlich hab ich keinen Estus Lask. Ich bin nicht raus von der Geule. Dazwischen. Ich kann mir sonst dazwischenreisen. Nee. Bin ich vielleicht einfach falsch gelaufen? Oh, der sieht vielleicht wieder da aus. Muss doch bestimmt hier irgendwo weiter. Hier doch, ne? Nö? Nö? Oder hier hinten. Hier, hier geht's bestimmt weiter. Durch den schönen Feldern. Schöne Wiesen. Schöne Wiesen. Schöne Wiesen. Schöne Wiesen. Schöne Wiesen. Schöne Wiesen. Untertitelung des ZDF, 2020